Ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich bin so jemand, der verdammt gerne im Kino sitzt und sich einfach mal gemütlich einen Film auf der großen Leinwand anschaut. Was mir aber in letzter Zeit ganz besonders negativ aufgefallen ist, ist einfach die Tatsache, dass mittlerweile viel zu viele Filme exzessiv CGI einsetzen. Diese Computer Generated Images sind wirklich mittlerweile zu einer unfassbaren Seuche geworden und ich frage mich ernsthaft, ob das der Weg ist, den wir mittlerweile im Kino gehen möchten. Ja, herzlich willkommen hier auf Traumfänger Podcast zu einer neuen Ausgabe. Ich möchte heute über Filme sprechen, beziehungsweise ich möchte einfach mal darüber reden, dass es mich mittlerweile echt dermaßen ansäuert, was da draußen in der Kinolandschaft passiert. Dass ich echt an so einem Punkt bin, wo ich mir mittlerweile denke, sollte ich vielleicht wirklich mal vielleicht ein Jahr Kinopause machen? Sollte ich mir einfach mal ein paar ältere Filme angucken? Oder liegt es vielleicht halt einfach mal im Alter, dass man sich auch so denkt, okay, alles klar, früher war alles mal anders, das ist jetzt definitiv eine andere Zeit. Mich stört es nämlich wirklich, dass es kaum noch irgendeinen Film gibt, der nicht zu 90% im Reagenzglas gezüchtet wurde. Ich habe mir zum Beispiel The Flash angeschaut. Ich meine, das ist ja wirklich so ein Film, wo viele auch zu Recht sagen, hey, der ist nicht besonders gut, der taugt nicht viel. Das ist schon mal das eine. Aber was mir bei dem Film auch so extrem negativ aufgefallen ist, du hast ja so gut wie überhaupt keine Location mehr, die echt in diesem Film ist. Das ist ja alles irgendwie nur noch im Studio vor dem PC zusammen gebastelt. Und was soll ich sagen, der Film steht für mich wirklich symptomatisch für eine Entwicklung, die mich total stört. Wirklich massiv nur noch schlechte, klatschige, matschige Effekte. Du weißt gar nicht mehr richtig, wo du bei dem Film hingucken sollst. Da gibt es wirklich so viele Szenen, wo ich mir dachte, das geht überhaupt nicht. Also das übersteigt jetzt wirklich meine Aufmerksamkeitsspanne. Das übersteigt jetzt mein zentrales Nervensystem. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich auf dem Screen hingucken soll, was da passiert. Und dann rückt die Handlung einfach auch in den Hintergrund. Und ich habe das wirklich bei vielen Filmen erlebt. Zuletzt war es bei Barbie so, wo für mich so der erste Punkt war, wo ich dachte, wow, auch da ist natürlich CGI eingesetzt. Aber nicht ganz so exzessiv wie bei vielen anderen Filmen. Und eben, weil ich so den Eindruck hatte, ich genieße das einfach nicht mehr so, wie es früher der Fall gewesen ist, habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe mir ältere Filme angeguckt. Deutlich ältere Filme. Und da bin ich bei Alien gelandet. Alien ist zum Beispiel ein Film, der meines Wissens nach und korrigiert nicht bitte, wenn ich da falsch liege, komplett aus praktischen Effekten besteht. Ich weiß nicht, ob es zu 100% der Fall ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die Definition von praktischen Effekten aufhört und CGI startet. Aber nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, obwohl dieser Film so alt ist, Ende der 70er, war das für mich einfach unfassbar erfrischend, einfach mal einen Film zu sehen, wo es reale Sets gibt, wo es reale Darsteller gibt, wo es ein real existierendes Kostüm für das Monster gibt. Und wisst ihr, wenn ich mir da mal so moderne Filme angucke, gefällt mir Alien immer noch deutlich besser in dem, was es tut, wie es aussieht, als meinetwegen einen aktuellen Kino-Film, der völlig over the top ist und komplett mit CGI durchdreht. Ganz schlimm fand ich das auch bei dem letzten Jurassic World Film eine absolute Katastrophe. Da sind wir noch gar nicht bei dem 3D-Effekt, da können wir ja auch nochmal drüber reden. Aber das sah im CGI-Department auch derartig mies und schlecht aus, zu 90% katastrophal, dass ich mir wirklich dachte, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Liegt es wirklich daran, dass praktische Effekte mittlerweile etwas sind, was man einfach nicht mehr tut, weil es zu teuer ist? Ist CGI wirklich so ein Punkt, der so günstig ist, dass man sagt, hey, das nehmen wir? Also ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Gerade in Betracht dessen, wenn man sich mal anschaut, was wirklich, ja, so alte Reportagen über praktische Filmeffekte zeigen, wie aufwendig inszeniert das teilweise ist, wie toll das auch aussehen kann. Also vielleicht könnt ihr euch noch an den allerersten Jurassic Park Film damals noch erinnern. Das war wirklich eine Revolution und viele der Saurier waren tatsächlich auch real auf dem Screen. Das waren eben Puppen. Ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Animatronic, glaube ich. Oder Animatronic. Das war wirklich toll. Das sah großartig aus. Natürlich hat man immer gesehen, okay, es handelt sich um eine Puppe, das ist nicht echt. Aber gerade wenn ich mir so heutige Filme angucke, sehen die bei weitem schlechter aus. Auch gerade so bei Filmen wie Hulk, vielleicht kennt ihr die Titel noch. Ganz, ganz viele Avengers-Filme. Das sieht für mich wirklich katastrophal aus. Das ist auch nichts, wo ich sagen möchte, hey, das trägt so einer Story bei. Also für mich sollte CGI etwas sein, was eine Story unterstützt, was das Ganze supportet, was das Ganze subtil untermalt. Aber bei den meisten Filmen ist es heute mittlerweile so, dass es nicht nur Krach, Boom, Peng sein muss. Nein, es muss auch völlig over the top aussehen. Fast schon so, als sollte das tatsächlich eine schlechte Handlung verdecken. Ist halt auch nochmal so ein Punkt. Das funktioniert aber wirklich nur bedingt. Oft war ich eigentlich so der Meinung, naja, wenn ein Film schon nicht besonders gut ist, sieht er wenigstens gut aus. Aber das ist ja in letzter Zeit auch wirklich stark nach unten gegangen. Also die Filme sehen noch nicht mal mehr besonders gut aus. Gerade bei The Flash habe ich doch dann einige grüne Stellen an den Charakteren bemerkt, wo man wirklich sagen muss, hey, wenn man schon einen schlechten Greenscreen hat, das nicht richtig hinbekommen, dann kann man das doch sicherlich auch irgendwie anders lösen. Und wisst ihr, wenn ich jetzt einfach mal so sehe, dass Barbie ein riesengroßer Erfolg war, ja, dann kann ich wirklich nur sagen, das liegt sicherlich auch mit daran, dass Barbie nicht ein Film ist, der zu 100% durch CGI generiert wurde. Nee, ganz im Gegenteil. Das ist ein Film, der auch wirklich vermehrt auf praktische Effekte gesetzt hat und die CGI-Effekte sind dafür da, um die Dinge zu inszenieren, die normalerweise nicht möglich wären oder nur unter nahezu unmöglichen Bedingungen. Und deswegen finde ich auch, ist Barbie einfach ein guter Film, weil er nicht in den CGI-Effekten komplett over the top ist, sondern wirklich zu einem großen Teil eben auf praktische Effekte setzt. Und das merkt man diesem Film auch an. Jetzt muss man ja leider so ein bisschen konstatieren, dass wir mittlerweile in so einer TikTok-Blase leben. Die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Menschen da draußen ist gering. Aber auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass gerade Filme wie Barbie wirklich gut durch die Decke gehen können. Und wisst ihr, meine große Schwierigkeit ist mittlerweile neben all diesem CGI-Gedöns auch unfassbar schlechtes 3D. Ist ja auch nochmal so ein Punkt, ich habe mittlerweile so viele Filme gesehen, wo ich mir am Ende des Films gedacht habe, hey, also eigentlich sieht das aus wie ein schlechter Scherenschnitt, aber alles andere als 3D. Nee, Avatar hat das für mich zum Beispiel sehr gut hinbekommen. Leider ist für mich dieser Effekt pro Film immer noch eine riesige Wundertüte. Und es gibt wirklich Filme, die das katastrophal mies umsetzen, um einfach nur nochmal ein paar Euro obendrauf zu schlagen. Und auch hier muss ich wieder ganz klar sagen, 3D-Effekte, liebe Leute, das sollte dafür da sein, um eine gute Handlung zu unterstreichen. Ja, um wirklich wesentliche Punkte in einer Story nochmal hervorzuheben, aber nicht grundsätzlich, um mir irgendwie nochmal ein paar Euros aus der Tasche zu ziehen. Aus der Tasche, pardon. Das finde ich ist wirklich katastrophal. Und das zeigt mir eigentlich nur wieder, dass es darum geht, möglichst schnell irgendetwas zusammenzukloppen, es uns zu präsentieren, ob es dann Sinn ergibt oder nicht. Das ist dann nochmal ein anderer Punkt. Meistens ergeben für mich aktuelle Kinofilme wenig bis gar keinen Sinn. Und das ist schon wirklich schade, weil man sieht eindeutig, von wo wir eigentlich kinotechnisch kommen. Erinnert euch nochmal an Alien. Schaut euch das an. Das ist wirklich mal ein Film mit Anfang, Hauptteil, Ende. Und es gibt wirklich wenig Filme, die mittlerweile darauf setzen. Es gibt zu viele Filme, bei der du von ersten Punkt an sofort in einer brachialen Actionsequenz bist. Und das zieht sich dann bis zum Ende durch, in der Hoffnung, dass man dann über schlechtes CGI wenigstens am Ende des Tages noch sagt, aber die Action war gut. Aber das ist mittlerweile auch schon nicht mehr so. Das ist wirklich mein Problem. Und da komme ich irgendwie auch nicht drüber hinweg. Und umso mehr genieße ich alte Filme. Wenn man sich mal die alten Blade-Teile anguckt, die sind ja leider auch schon ein Stückweise CGI, ja, verseucht. Aber bei weitem noch nicht so desaströs, wie das heute einfach mittlerweile der Fall ist. Und versteht mich nicht falsch, prinzipiell habe ich nichts gegen CGI. Aber das sollte nicht so exzessiv eingesetzt werden, dass das wirklich nur der Hauptgrund ist, warum manche Filme existieren. Das finde ich wirklich super enttäuschend und das muss einfach nicht sein. Also insofern glaube ich ganz ehrlich, dass ein Film, bei dem alle Parameter gut zusammenkommen, auch mit praktischen Effekten schön inszeniert sein kann. Und wäre das nicht mal wieder was, einfach ein Film, der komplett auf CGI verzichtet. Das wäre wirklich mal eine Nummer, die ich echt unterstützen würde und auf die ich mal wirklich Bock hätte. Und wie gesagt, das kann definitiv wieder passieren. Und das würde ich mir einfach mal wünschen. Vielleicht im Alien-Stil? Man weiß es nicht. Aber in dieser Zeit glaube ich, ist es eher weniger bis gar nicht der Fall. Schade eigentlich. Ja, liebe Leute, ich bin raus aus dem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit gehabt. Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir uns möglicherweise hier auf diesem Channel wiedersehen. In dem Sinn, tschüss und bis zum nächsten Mal dann.